Mit der ADAC Mautbox immer am Stau vorbei. Einfach in Ihrer ADAC-Geschäftsstelle und Reisebüro vorbeischauen. Hier können Sie sich sofort online für Ihre ADAC Mautbox registrieren und Ihre Daten hinterlegen. Jetzt ist die Box quasi schon auf dem Weg zu Ihnen. Die ADAC Mautbox kommt bereits nach ein bis vier Werktagen per Post zu Ihnen nach Hause. Schnell ab zum Auto und auspacken. Und so neben den Rückspiegel fixieren, dass das Blickfeld nicht eingeschränkt ist. Fertig! Jetzt kann die Fahrt beginnen. Ciao Stau! Die ADAC Mautbox öffnet alle mit T-markierten Spuren auf dem Weg nach Italien, Frankreich, Spanien und Portugal. Jetzt aktivieren in den ADAC-Geschäftsstellen und Reisebüros oder telefonisch unter 089 45 35 35 70 oder online auf adac-mautbox.de Du bist bei mir auf dem Weg nach main. Und so geht's in Paraabiendo uns auf dennoch an den Anfang